Hallo, mein Küken und damit herzlich willkommen zu einem neuen FNAF-Fangame oder zu einem weiteren FNAF-Fangame. Heute spielen wir auf vielen Wunsch mehrfach gewünscht auf meinem Kanal Five Nights as Froggy 2 English. Von Creators, die dir Five Nights as Froggy gab. Bitte, bitte, warte. Tom Productions, Gaker Productions, Glick Infusion, Version, Blah, 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 Blah. Warning, not recommended to play Feinheart, Comcast, Scary James, Comcast, Jumpscares, and Furshing Lights. Click to continue. Five Nights with Froggy 2. Fairy Tales become a horror new game. Malchai once erwartet me. For sale a nice car more happened. What event was happened? What happened? What happened? Event which scared the royal family all time. Need a housekeeper call. News and ads. When the court. Ich lass mal, wenn, ah, fürs erste Mal, ey. Das gibt mir jetzt mal nicht. Schau mal, was es hier Neues gibt. News and ads. What said on this occasion the major castle will rebuild. Ich habe schon Teil 1 gespielt, bin aber in der letzten Nacht dann gescheitert oder so, weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war es ziemlich mysteriös und am Schluss sind alle umgebracht worden, alle tot. Castle Rebuild. Ah, sie haben auf jeden Fall das Schloss wieder aufgebaut. Soon opening of the theater. Was macht er ja? Soon opening of the theater. Skip. Somewhere in the forest. What? Mysterious. Was muss ich tun? Muss ich was tun? I don't know. Ich habe keine Maus. Night one. Loading. End of call? What? Phone ring. Ähm, hello? Ah, nur Stoss. Well, hello. Hello, hello. Hello, hello. Who are you? Goodbye, end of call. Who are you? Deputy Director of this place was a dream. There was a castle and I worked as a clerk. The castle area was called Fairy Kingdom. Um, in general watch, everything will be okay, don't let anyone, ah, danke, hmm, tell me something about yourself. I'm an ordinary person, okay, I understand that you don't know what, 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 well, then there is a matter of repairing, you must be careful with the equipment, it's here, science. and I'm a little bit careful with the camera, but I don't know what the phone is. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the lights. Do not be scared. Do not be scared. This means that German... Das geht mir alles so schnell! So schnell kann ich nicht alles lesen! Ich versteh kein Russisch? Well, yeah, let's start. Yes, that's, I understand. Let's start. Please, start the engine. Wenn man schon kein Russisch spricht, dann kann man es doch wenigstens ein bisschen länger da lassen, damit man es auch lesen kann, ne? Ich bin ja hier keine Maschine, die uns scannt. Ich bin alter Mann! Put da knackfresser! Da war ich! Roboter, Roboter! Dabei, dabei! Spasibo! Loading. Da. Click hard to hide and hide tips, aha. Was? Move to another room? CCTV? What? Loading? What? What? Load system, load cameras, done. Booting? What? Hm. It looks not very good because of all of the static. What? Off-comput-cameras and computers selling camera? High voltage? What? Move away from compu- what? What? Normal voltage? On off lamp- ah! What? Move to another room? What? Was muss man hier machen? Hier kann man gar nichts tun. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich schneid's absolut nicht! Jo! Was ist das? Ich kann hier benutzen! Arrow keys, feuern! Ah! Danke! Aber hier scheint doch alles ruhig zu sein! What?! Wie viele Kameras gibt's denn hier? Jo! 17, 18, 19, 20, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25 Kameras! Move away from computer! Move away from computer! Ich geh mal da in den Computer rein! Ich weiß absolut nicht was ich tun soll! Ich hab da absolut keinen Fall! Booting! Das ist von... Die Spiele sind schon verwirrend! Ah ja, kann man... Oh, was? Uh... ...difficult apparently, das ist ein old-computer. Badly takes information from the camera. It's better to go to another room with a new computer. There will be better show of the government, uh, say, safe energy. Ah, 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 ah! Telefon? Wir haben schon 2 Uhr. Ah, 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 ah! Wie, wie, wie kann ich hier wieder... Wie kann ich hier wieder Energie machen? Keine Ahnung. Aber hier ist noch alles ruhig. Ich kann mir das Licht ausmachen. Hier kann mir kein Licht ausmachen. Was ist das für das Spiel? Ich habe wohl geplant, Leute. Ich mache mal die Tipps da weg. Na, ich lasse es lieber wieder an. Das ist ein bisschen was. What? Ist alles ruhig? Manitrend? What? What? Why are you too late? Ich habe absolut kein blassen Schimmer hier, was ich eigentlich machen soll. Ich weiß nur, dass meine Energie gleich im Arsch ist. Und wir sind gleich im Arsch. Und ich kann meine Energie nicht auftanken. Why? Q mit Z Mit E Mit E Mit Tab Hoher Stromverbrauch? Strong Starker High Strong I don't know Ich habe doch kein Plan. Leute Wir sind gleich im Arsch. Und ich weiß nicht warum. Hä? Da oben Music? Hä? Music? 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 Wieso war mein Ding da so weit unten? Also wenn ich jetzt nicht überlebe bis 6 Uhr Alter, dann kriege ich immer die Krise hier. Schaut meine Energie an! Wieso hat man nur diese zwei Räuber? Wieso passiert nichts? Das irritiert mich ein bisschen, Leute. Hier ist alles dunkel. Ich muss ja Strom sparen, ne? Ich schick das Spiel voll nicht. Kein Plan. Kein Blaserschimmer. Wir haben keinen Saft mehr. Musik? 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 Boah, leck die Kotze im Arsch. Wir haben eine Nacht überlebt. Ich muss erst trinken, sonst kriege ich noch die mittlere Krise. BINI GAME! I LOVE IT! Gehen wir hoch oder runter? Ich gehe mal hier hin. Nach links. Musik? Musik? Und wenn ich wüsste, was ich hier tun soll. Time? Das passiert. Was muss ich hier tun? Kann ich hier aber was für's tun? No? Was muss ich tun? Leute! Irgendwo heißt es nicht. Eh, mein. Eh, was soll ich tun? Hier rein? What? What the hell? E, F, Z, X. Wenn man wüsste, was man machen soll, ne? Bei diesem Minigame. Ist das verstörend? Was soll denn diese Rotzkotze? Ich weiß absolut nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Mein Roti. Nimm dich wohl, oder? Er reißt dich am Riemen her. Oh, Froggy! Froggy Castle? Wir sind hier eingekreist. Eingezäunt. Time. Jo, lauft die Time ab, ne? Ja, was? Du Arsch! Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Da kannst du mir ja hier im Popo kraulen. Danke fürs Gespräch. Fuhl, Minister! Und nu? Samm wir in der Forrest. Oh, Froggy! Ein Frischleinköpfchen. Frosch geköpft. Was? Froggy? Immerhin nach zwei. Der passt für einfach während des Spiel, oder? Telefonkotze? 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 Hallo. Hi again, das ist großartig. Es ist sehr wackier. Es ist schwierig, es ist zu holen, jemanden zu holen. Yes. Das ist der Philosoph. Der Philosopher, der lebt hier. Wer ist denn? Ich will fixe sie und heute wird sie in ihre Pläne. Ihr könnt es sehen in den Kommentaren. Wenn die Philosopher es auf ihre Pläne vorbereiten, wir vorbereiten sie für die Kinder-Performance. Wenn die kein Geld haben, wer hat es dann? Ich nicht. Ja klar. Kann man das wieder wegmachen? Komm, beende es jetzt. Ah ja, ich glaube es geht los. Ich muss jetzt arbeiten. Halt mich nicht auf, du Sack. Genosse Frosch Strikes Back. Bam, bam, ba-dam. Ich bin mal gespannt, ob wir hier noch was sehen. Ob ich drauf gehe. Aber das mit der Energy Normal Voltage. Das sieht schon mal gut aus, normaler Stromverbrauch. Musik? Ich habe keinen Plan. Kameras brauche ich überhaupt nicht, oder? Scheiß doch auf die Kameras, oder? Brauche ich die Kameras überhaupt? Normal eigentlich nicht, oder? Wahrscheinlich gerade für den Allerwertesten. Oder nicht? Aber rein Spaßes halber können wir ja mal... Ne, wenn ich... Wenn ich die Kameras anmache, habe ich einen großen Stromverbrauch. Hey, seht ihr, wie schnell die Energie runtergeht? Und ich weiß ja nicht, wie man die Energie hochkriegt. Das wird heute nichts mehr. Ich fahre den mal hoch. Jetzt habe ich nämlich High Voltage. Seht ihr, das meine ich. Wenn ich die Kameras anstelle, dann ist mein Stromverbrauch so hoch. Wenn ich nämlich hier das Licht abmache, habe ich noch weniger Stromverbrauch. Das ist schon mal gut, ne? Ich halte mich jetzt mal hier auf. Musik? Wie macht man dann Musik? Ich höre gar keine Musik. Hier ist auf jeden Fall keiner drin. Und hier ist dunkel. Ich habe kein Blattenschirm, was ich hier machen soll. Kein Blattenschirm... Ich muss ja Strom sparen, Leute, ne? Okay. Hier... Ich höre... What? What? Was? Was geht ab? Oh, oh. Irgendjemand ist in der Lüftung. Die Musik... Muss ich irgendwas mit der Lüftung machen? Ich kann den Computer nicht anstellen. Halt's Maul! Halt's Maul! Sonst schlagt mir doch der Strom nicht. What? What? Irgendjemand ist da. Hallo? Die Geräusche... Ich mach mal den Rechner ein. Es lässt mir jetzt keine Ruhe, Leute. Ich muss mal kurz hochfahren. Ich muss mal kurz... Select Camera... Ventilation... Aber... Da kann man auch nichts tun. So wie ich das sehe. Und hier ist ja keiner. Ich könnte höchstens die Musik abmachen, aber ich höre ja gar keine Musik. Ich kapiere das Spiel nicht. Ich hab da absolut keinen Plan. Ich hab da keinen Blattenschimmer. Null! Heu, 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 heu! 냄새 sich so in Prof 서�ys oder was? Ich hab hier ne... Ich check's ned! Hier ist keiner, ich seh mal keinen. Dann können wir da weggehen, weil hier ist die eh dunkel. Kommt jetzt nach jemand? da geht der punk ab irgendwo aber hier ist keiner im büro und solange keiner im büro ist ist mir das eigentlich scheißegal die können ja draußen rumlaufen wie sie wollen würde ich sagen da war ich ja jetzt geht der punk ab oder was the king is back der könig ist dort ich lebe der könig der king ist da strike ist hier jemand hier ist niemand nein leute ich habe kein blassen schimmer was ich so machen muss passiert ja nix spiel wie kann man sich sowas wünschen also im ersten spiel da ging er voll der punk ab in froggie 1 da hat man ja voll power action von anfang bis zum ende gehabt aber hier hier tut sich ja gar nix oh halt die fresse die machen ja nur geräusche und nichts passiert was passiert passiert nix geräusche geräusche ne oder ne How to play He comes in the first When it comes Can be heard creaking of doors And the croaking of blood Go away into the second room He comes in the second room When it comes Can be heard Gnashing of ventilation Wer hätte in den ersten Raum sollen Da kriege ich noch dort ein paar Und was Ja Leute, jetzt habe ich es auch verstanden Wir hätten also Bei Gnashing Gnashing Also bei ihm hätte man in den ersten Raum sollen Für ein paar Sekunden Da wäre er nicht gekommen Naja Aber ich würde sagen Für den ersten Part Muss es jetzt mal genügen Mit Five Nights with Froggy 2 Äh Froggy 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 2 Mal schauen, ob ich es weiterspiele Es reißt mich jetzt nicht so vom Hocker Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für's Zusehen Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten möchtet auf meinem Rossi-Kanal Lasst mir doch gerne einen Like da Hilft mir ja zusammen Ihr und ich Vielleicht ein paar Abonnenten zugewinnen Empfiehlt mich weiter Teilt mich Damit wir vielleicht ein paar neue Abonnenten noch bekommen Ich bin ja gar nicht so ein übler Kerl, oder? Ansonsten Vielen Dank für's Zusehen Das war auf jeden Fall Mal ein Anfang von Five Nights with Froggy 2 Ich bin froh, wenn ihr euch einstellt habt Auf meinem Rossi-Kanal Bis dahin, genießt das Leben Tschö, live Habt Spaß miteinander Verhaut euch nicht Und bis zum nächsten Mal Ich sage Tschö, Möder Fingern, Digger, Rotz Euer Äh Rossi-Ker Rettner Thank you and bye Da warte ich Spassiva Enjoy your life Have fun Good night Ciao